Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Satisfactory auf unserem wunderschönen Planeten Pandora mit dem Freezy, dem Manu87 und dem Josch, unserem Baumeister. Hallo. Ich bin hier wieder im Nirgendwo unterwegs und wie immer auf Rettungsaktionen Freezy. Beziehungsweise wir wollen mal gucken, ob wir da irgendwie auf den Berg hochkommen. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen eingepackt für Wege, also für Staircases, wie sagt man da, Treppen. Du hast was mit, ja? Ja, ich habe was für Treppen mit. Mal gucken, wie wir da mitkommen. Was braucht man jetzt für die Treppe? Boah, da unten bist du okay. Für eine Treppe, was man da braucht. Warte ganz kurz, ich schaue. Stangen, also Treppen sind für Häuser und dann gibt es Gänge, also die heißen bei Organisationen ganz unten Gehwege. Dafür brauchst du nur Stangen und Platten, normal. So. Toll. Wenn man das vor ewig gesagt hätte, hätte ich euch 700 Stangen durchgelost und 800 Platte. Ne, ich habe ein bisschen was. Wo ist dieses? Hier steht der Traktor. Wo ist äh... Hinter uns, warte. Ach, da oben drauf. Da ist auch eine Schnecke, ne? Ein bisschen Sprit herstellen. Boah, warum ist hier nichts drin? Äh, holten wir die ganze Vorräte weg. Ähm, ich? Wieso? Okay. Ich wollte mir nur, ich will mir nur schnell ein Xenot bauen, damit ich mein Zeug holen kann. Oh, hier sieht es ja crazy aus. Vor allem, man sieht jetzt immer, wo unsere Base ist, durch diesen Riesen... ...diesen Riesen-Ding. Hier oben drauf brauchst du, ja? Hier oben, also der zweite davon. Ja, da oben ist auch eine Schnecke, ne? Kann gut sein, das habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Äh, der ist das hier, aber auf den ersten, da kannst du so dann drüber laufen. So, ja, der, der Berg hier. Hier oben drauf ist Kohle. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine Personengehweg da hoch. Am besten hier so hoch. Und dann können wir von da oben die Förderbänder dann runterbauen. Ja. Gut. Dann fangen wir mal an. Oben können wir wahrscheinlich nicht anfangen. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Ja. Aber wir müssen nachher sowieso weiter auf, äh, auf weitere Reisen gehen, weil... Ja, das ist ja logisch. Ja, da musst du die Höhlen, in die Höhlen rein. Ganz garstisch ein Viecher. Boah, ich brauche jetzt schon Kohle. Das ist gar nicht, kann ich nämlich gerade nicht weitermachen. Ja, wir... Dann kann kein Motorrad-Hersteller. Ja, sind dran, also kommt bestimmt gleich. Ja. Ich weiß eure Mühe zu schätzen. Ja? Ich weiß eure Mühe zu schätzen. Okay. Das ist ja auch ziemlich geil, dass du so überall sowas bauen kannst, ne? Ja. Ja, richtig fett. Ja, das ist ein sehr gut gemachtes Spiel. Ich hab ja, äh, nachgeschaut und ich wollte gucken, ob es hier für Server gibt, ne? Aber Julian sagte, ja, ihr habt schon geschaut, es gibt nicht. Weil das wär cooler gewesen, dann hätt's ja mehr Slots gehabt, weißt du, was ich mein? Dann hätte man auch so gegeneinander machen können, weißt du, so vier Teams. Dann hätten wir immer, äh, hier Milo geklaut. Ja, genau. Ich bin hier am Bauen, mein Gott, wo ist das Zement denn? Und wir klauen den alles weg. Du kannst hier eine Rampe hochbauen, damit man mit dem Fahrzeugen hier hochkommen kann? Äh, das geht auch irgendwann, aber müssen wir das? Weiß ich nicht. Äh, ne, es war nur mal gedacht, so, falls mal Reparatur, äh, was weiß ich, oder, ne? Sag mal, was Probleme ist, dass man hier so hochfahren kann, aufsteigen kann. Aber, alles gut. Musst du jetzt jedes Mal hier so eine Platte dazwischen bauen, oder was? Nö. So. Es ist auch, ach, schau. Es ist auch einfach nur, äh, ne, ne, ne Ecke quasi, das ist keine Platte an sich, das sieht nur so aus. Ach, ach so. Was auch cool ist, dass du jetzt jetzt zwei Sachen in der Hand nehmen kannst. Ja. Das war ja am Anfang, war das ja schlimm, wenn man mit den umwechseln. Wir sind, wenn Manu weiter so schnell reinhaut, wenn der jetzt Kohle hätte, dann könnten wir schon fast drei Sachen in der Hand nehmen. Das ist, das ist, das ist, so, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn das böse Tierchen, was mich zu ärgert, ah, Tier. Warplay 2. Ja, komm hoch, komm. Hoch? Komm hoch. Boah, hier schießt was auf mich. Wahrscheinlich, äh, alien. Ja, das sind die, das sind die gefährlicheren. Kommst du damit klar, oder? Ich glaube, ich sterbe. Echt jetzt? Ich bin so schwatt. Ich bin tot. Warte mal, wo waren das? Bleib mal, ach da, Kiste, ich nehme deine Kiste auf. Bin unterwegs, so meiner Kiste. Ah, das war ein Alien. Nenn Feuer oder, oder ein Eis? Feuer. Ja, nimmst du deine Kiste selber, oder was? Ja, ja, ich bin unterwegs. Okay, gut. Boah, jetzt kriege ich keine Materialien, man, nein, schubert da. Die ist ja auch randvoll, deine Kiste, ich habe mal ein paar Sachen rausgenommen. Ja. Oder das Auto vollkommen mit Sprit und so, weil Sprit verbraucht er ziemlich schnell. Ich bin auf Rollschuhen. Hey, ihr habt das gesehen, Leute? Ich habe das richtig angesetzt und dann... ...wieder nischt. So. Dann wollen wir jetzt nicht... ...wurrum. Unbekannt Terminal. Da hinten, da sehen wir doch schon eine Meilung. Ganzen Arsch von Blättern mit. Vorrat produzieren, sowas. Dinge müssen wir gleich noch erforschen. Erklippt auch, wenn ich war überhaupt, warum was da noch so alles kommt. Eine sieht aus wie eine Yucca-Palme, ey, oder? So. Meine Kiste, wo ist meine Kiste dahin? Hast du das Alien-Vieh tot gemacht? Ja. So schön ge Teebeutel und hast gesagt, das ist für Freezing? Naja, fast. Ja, fast. So. Adi Kolas rausgenommen, ey. Ne, ich habe nur die... ...Stangen und Platten rausgenommen. Naja, ich kann es auch behalten. So. So baue ich jetzt vorne. Und er da oben weiter und wir werden mal hier ein bisschen unser Auto... Ja, du kannst gleich hoch. Ja, das ist gut zu hören. So, Vehikel. Packen wir jetzt hier nochmal. Auch ins Auto. Dritt auf Vorrat zu haben ist immer gut, Leute. Hier oben ist wieder so ein Schießvieh. Ein Schießvieh? Das schießt auf mich, obwohl ich noch gar nicht oben bin, wenn du so eines mit steckt. Uh, ich bin es runtergefallen. Das war tief. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt langsam auch mal so ein bisschen ein paar Waffen bauen, oder? Ja, ich bin dabei. Ich muss das upgrade noch. Weil das viel ist nicht... Ich mache das als nächstes, da wo die Stange dabei ist, das Schwert oder was das ist. Ja. Oder eine Waffe. Die Pistole oder... Irgendwie sowas, ja. Da muss man auch Munition dann. Was ich extrem gut finde, ist, dass das Bauen keine Reichweite hat. Ich kann einfach 15 Kilometer über mir Treppen bauen. Das finde ich echt charmant. So, jetzt mache ich das Ding da oben kalt. Heisekalt. Naja. Eisenerz. Oh, hier sind zwei. Da auf. Die Kohle brauchst du so ungefähr? Mindestens 1000. 1500. Hier oben sind übelst viele von den Typen, gell? Was man upgrade Sache machen kann. Waschen sind jetzt komplett näher. Ich komme hoch, Malo, und Heft, ja. Brauche ich schon mal ein bisschen Kohle nebenbei ab. Dann können wir das schon mal mitnehmen. Ja, ich tente eher aber in Richtung 2000. Ja. Mein Gott, ey, der wollte gerade sein, ne? Ja, muss ich ja, wenn so scheiße hoch ist. So. Ah, da oben, boah, was? Oh, und hier ist halt die Kohle. Ja. Oh, Kohle rein sogar. Wow. Nice. Direkte zweier Bohrer drauf. Dreierband. Das Dreierband geht noch nicht mehr, noch gestarrt. Ich brauche mal Kohle. Wahnsinn. Puh, aber 2000 dauert was. Was brauchst du? Weiße, ich hätte mir diese einen Bohrer mitnehmen sollen. Was macht der? Kannst du vielleicht welche vorbeikommen, diese Einhandbohrer da mitbringen? Puh. 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 Ein weiter Weg. Puh. Ein weiter Weg. Puh. Puh. Dann wird, ihr habt das Fahrzeug, so geht das schneller. Das reicht das auch für sie, oder? Hier, guck mal so. Ja, wie übel, das reicht das. Aber eines baut sich hier schnell ab, oder? Ja, ich dir raus mit jedem Schlag. Äh, warte. Oh. Drei Stück. Oh. Ist gut. Ich hab jetzt 135, 38, 41. Hier oben ist wieder so eine Schnecke. Eine weiße. Ne, eine grüne. Sammeln sie mal auf. Boah, hier hinten ist ein abgestürztes Teil, gell? Boah. Hier hinten, guck mal, wo ich bin. So. Du bist schon wieder gegangen. Warte, du bist unten, oder? Ich bin hier oben. Ach, da unten, ja, da war ich schon. Ach, da warst du schon. Da hab ich Platinen und sowas rausgeholt, ja. Okay. Na, da ist Flüssig getroffen. Da hab ich auch ein Festblatt her, die hab ich hier in der Kiste drin. Im Hub. So, was braucht man denn für MK Mod 2 hier? Boah, warst du, wir brauchen wir Stahl, Alter. Ja, sag doch, ich brauch Kohle. Polokolo, Polokolo. Oh, joi, joi. Ja, ja. Ja, ja. Nice, aber als erzahmle ich mir, da braucht ihr euch nicht rumzucken. Also rein, nur Kohle für mich, war der Anfang jetzt. Ähm, nice. Weil du hast kein Roboter bei zum Bohren, oder? Äh, ich kenne hier gerade auch. Gegen drei Feuerspeyer. Ja, pass bloß auf, ey, die Ohren rein, ey. Okay, okay, den anderen schaffe ich nicht. Müssen du, Alter, warum? Kannst du den übernehmen? Ich hab nix zu malen, Alter, zwei Schüsse und ich bin weg, ey. Ja, ich hab halt auch nur noch drei Leben. Dann esst mal was, Leute. Ich hab nichts zu essen, da. Stauen. Ja, ihr kennt noch den rote Blumen-Scanner, ne? Die Hand-Scanner. Wohlenblumen-Essen, oder was? Ja, die rote Beere. Mensch, mit dem Hand-Scanner, mit dem schwarzen Scanner. Okay. Also, das kennt das nicht. Das ist so piepselnd im Muscht. Bin nur noch. Was ist einfach ewig weit, kein, keine Kohle da, gar. Also, hat, äh, kein, mein, du hast kein Bohrer bei. Nee. Hier unten das Golden hast du gefunden, gesehen. Voll, ne? Hier ist irgendwie, sieht aus wie Schwefel, gibt's Schwefelmin. Schwefel, ja, Schwefel. Ja, ja, genau, Schwefel, gibt's hier in der Küche. Ah, hier ist eine Schwefelmine. Nein, das ist. Bauen wir für einen Sprengstoff. Kann ich ja noch entwicklen, weil ich gesehen habe. Aber wir machen erst mal Waffe. Was soll ich denn jetzt dann, äh, nennen? Die Stabwaffe, also das Schwert, oder, ähm, die Kanone? So, das ist so, die Stoll oder was? Ja, dann nimm die Pistole, weil Nahkampf haben wir ja. Mit dem Elektro-Schocker. Ähm, soll ich noch? Das ist gut, der Mensch. Äh. Wolle ich hier direkt ein Kohlekraftwerk hinbauen? Hm, brauchst du eigentlich nicht, für was dann? Dann transportiert lieber die Kohle hier zu uns und lass uns hier dieses Kohlekraftwerk verranzen. Ja, ja. Ja, das ausschließe. Ja. Na gut, dann... Zwischenzeit bohrt, dann kann ich das da nicht schon mal mitbringen. Wenn mehr wie einer draufstellt, dann kann ich die, äh, dann, äh, dann, äh, automatisierte Bohrer in die Mikro-Stelle. Was sind das für Minen da unten links? Links? Äh, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeschaut. Also im höchsten Fall einer. Aber ich weiß, dass wie das... Also für den MK2-Bohrer brauchen wir zwei, ähm, Handbohrer. Ja, also, das heißt, zwei Stück kann Stoffstelle dann, oder was? Ach, sind beides Kalkminen. Mit Kalk kann man nur Zement machen, nix anders? Ach, da sehe ich unsere Base. Hautes Heim, Glück allein. Boah, ich habe ganz schön wheels bin, ey. Wir brauchen hier mal Geländereide. Sag mal, hat das bei dir auch so geruckelt, das fahren? Bisschen, ja. Hey, ich doch. Liegt eine Kiste. Ey, Holz. Mit. Das Stück habe ich da hergestellt, Chris. Ja, ich bin gleich da. Man, das ist gerade beim Papier. Ich sage, Anna, die war nicht, wo wir so weg sind. Das Stück sind die Kiste. Ja. Und produzier. Unser Kupferbauer hier oben macht auch keine Arbeit, gell? Oh, du Scheiße. Und vielleicht leer? So. Ich lege das. Ich habe leider jetzt nur 250 Kohlen bei. Ja, ist okay. Ja, ist schon. Die habe ich hier in die rote Kiste gelegt. Ja, direkt. Ich stelle den Traktor einfach hier nebenher. Ja, ja. Ich glaube, ich habe dann, ich glaube, die sind voll, oder? Kann das sein? Hier ist kein Strom. Warum hast du kein Strom? Warum hast du keine Maske auf? Ja, wo ist der Schlepper? Der steht hinter der... Warum macht der hier nichts? No Power. Ja, das ist ja bald vorbei. Bald haben wir einen Kohlekraftwerk. Wer hat denn anmoderiert? Ah, ja, genau. Also, meine Freunde. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt. Wir haben eine Treppe gebaut. Da kann jetzt da hoch. Dann geht die Kohleproduktion los. Beim nächsten Mal sollten wir da gerüstet sein. Lassen ein Like, wenn es euch gefallen hat. Guckt unbedingt bei der Frise vorbei. Das ist einfach so, was er so treibt. Wenn dich ja hart am Schupfen bin. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.